Simone ist sterbenskrank. Die 21-jährige Salzburgerin hat Krebs im Endstadion. Sie liegt auf einer Palliativstation. Sprechen kann Simone kaum noch. Kein Mensch weiß, wie viel Zeit ihr noch auf dieser Welt gegeben ist. Simone hat bloß noch einen letzten Wunsch und dieser platzte mit voller Wucht. Die 21-Jährige ist ein großer Fan der US-Sängerin Taylor Swift. Die Lieder des Stars geben ihr Kraft, heitern sie auf, versüssen ihr Leben. Obwohl sich ihr Zustand von Tag zu Tag verschlechtert, wollte sie unbedingt eines der Wien-Konzerte der US-Sängerin im Ernst-Happel-Stadion sehen. Der Verein Rollende Engel wollte ihr dies ermöglichen. Wir haben alles organisiert, mit dem Veranstalter war alles abgeklärt. Simone hat hart an sich gearbeitet, damit sie den Konzertbesuch durchsteht, sagt Florian Eichhorn. Er ist der Gründer der Rollenden Engel. Er und sein Team voller ehrenamtlicher Mitarbeiter haben es sich zur Aufgabe gemacht, Sterbenskranke ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Wir wollten am Donnerstag zusammen mit ihren Eltern nach Wien aufbrechen. Die Enttäuschung ist gigantisch. Wir sind alle völlig fassungslos, sagt Eichhorn. Simones Eltern sind derart am Boden zerstört, dass sie sich für ein Gespräch mit der Krone vorerst nicht imstande sahen. Besonders bitter, ihre Konzerttournee führt Superstar Taylor Swift in den kommenden Wochen nach London und nach Toronto. Für Simone ist das unmöglich. Es ist sehr traurig, dass wir ihren großen Wunsch nicht erfüllen konnten, sagt der Rollende Engel. Für die abgesagten Wien-Konzerte dürfte es keine Ersatztermine geben. Für die Rollenden Engel ist es einer ihrer wenigen Rückschläge. Fast immer gelingt es den eifrigen Helfern, Sterbenskranken die letzten Wünsche ihres Lebens zu erfüllen. Zuletzt ermöglichte man einem krebskranken Vater zusammen mit seiner Familie den Besuch des ATP-Tennis-Turniers in Kitzbühel.